Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst und Gartentechnik. Und heute haben wir mal wieder bei strahlendem Wetter einen wunderbaren neuen Mähroboter installiert. Und zwar den neuen 305er aus dem Hause Husqvarna. Der Automover ist halt um einiges leiser als das Vorgängermodell. Unser Kunde hier, der hat einen wunderschönen kleinen Garten, hat das herrichten lassen. Und da hat es natürlich viel Action gegeben. Und der alte Mähroboter, der hat nicht mehr so gut getan, weil es auch nicht so schön war vom Anschließen her. Und das neuere Modell ist da halt einfach nochmal besser geeignet und wesentlich leiser. Unser Kunde wird euch auch nochmal was jetzt dazu sagen. Hallo. Hallo Herr Eschbaumer. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie mir so gut geholfen haben. Gerne. Ich bin über das YouTube auf Sie gekommen. Ich war immer begeistert über die umfangreiche Information, die man im YouTube bei Ihnen kriegt. Und den tollen Service, den Sie bieten. Und es war tatsächlich jetzt eine gute Entscheidung, den neuen 305er Automower zu nehmen. Der alte hat nicht mehr funktioniert so gut. Die Verkabelung war nicht so toll. Ich habe keine Garage gehabt. Und nachdem wir den Garten umgebaut haben, ist das ganze Drahtsystem kaputt gewesen. Ich habe es dann selber versucht zu verbessern und zu finden, aufzufinden. Aber ich habe dann einfach aufgeben müssen, weil die Schäden so vehement waren. Und jetzt ist das alles in kürzer Zeit neu verlegt worden. Das haben Sie ganz toll gemacht. Ich bedanke mich nochmal. Vielen Dank. Gerne. Gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Weil mir ist das ein Anliegen, dass das auch so passt, dass der Kunde auch Freude mit dem Garten hat. Und das ist ein wunderschöner Rasen. Und der wird jetzt auch noch schöner wieder mit dem neuen Mähroboter. Weil durch meine Tipps hat er jetzt auch umgestellt auf den Naturdünger von der Firma Oscorna. Und das ist halt auch wichtig, dass man den richtigen Dünger einsetzt. Weil Mähroboter funktioniert halt auch nur wirklich gut, wenn man den richtigen Dünger einsetzt. Dass man Bodenleben hat und dass das ganze System funktioniert. Weil es ist nicht nur der Mähroboter, was wichtig ist, sondern auch die Pflege. Und dann kann man den Traumrasen auch realisieren, wo man haben möchte. Ohne dass man eine große Arbeit hat. Also wenn bei mir dann mehr gekauft wird, besprechen wir das dann auch vorher genau, was für ein Modell das geeignet ist. Die neuen Kabel, die haben es jetzt auch nochmal verbessert. Das sind UV-Beständiger. Das sind nicht schwarze Kabel, die halten nochmal mehr aus. Also nur Vorteile eigentlich. Und ich habe heuer schon ein paar Mähroboter gehabt, die man vorher von anderen Fabrikaten gehabt hat. Der Husqvarna ist da halt einfach besser. Und alle Modelle, die noch vier Räder sind, sind halt auch, wenn es einmal komplizierter wird oder anspruchsvoller, besser geeignet. Die können halt mehr. Ihr könnt es über Connect Home, über die App verbinden auch. Und ihr könnt es dann über das Handy viel Funktionen steuern. Oder die X-Modelle dann direkt über das Internet, auch wenn es ihr im Urlaub heizt oder beruflich unterwegs ist. Also ihr habt da alle Möglichkeiten, um das entsprechend besser zu deichseln. Oder auch wenn es eine Schwiegermutter, Schwiegervater, Oma, Opa, wen auch immer habt es, da wo der Mähroboter den Rasen pflegen soll und ihr wollt es den von der Ferne überwachen, kann man auch mit X-Modelle machen oder bei den anderen Modellen natürlich Connected auch nachrüsten. Wenn es einmal einen braucht, am besten ein paar Bilder, Foto machen oder ein kleines Video vom Garten und ein bisschen eine Skizzierung. Dann kann ich euch gerne auch ein Angebot machen und das Gerät wir hier bei diesem wundervollen Wetter bei dem netten Kunden einbauen. Ich stelle euch alles ein, erkläre euch das genau und wenn ihr später ein Problem habt, dann könnt ihr euch jederzeit bei mir anrufen und euch melden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei mir einen kauft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei meinem Kunden und wünsche viel Spaß mit dem neuen Mähroboter und die Sonne genießen. Gerne. Danke. Gerne. Danke. Danke.